Der faltbare Mehrwegbecher besteht aus diesem Silikonbecher, aus diesem Ring hier, aus diesem Deckel und aus diesem Band. So baut man den faltbaren Mehrwegbecher zusammen. Einfach den Ring von unten drauf schieben. Und dann den Deckel hier drauf setzen. Man sollte schauen, dass es hier übereinander liegt. Und dann wieder einklappen tut man, indem man das hier nach hinten schiebt. Zusammenfaltet. Und dann das Band drüber zieht. Natürlich, wenn du jetzt Kaffee getrunken hast, hast du hier ein paar Kaffeereste, die am besten mit dem Taschentuch wegwischen und schließen, damit nichts rausläuft. Das hier ist der faltbare Mehrwegbecher von der Firma Up2You, den ich jetzt einmal für euch ausklappe. Erst müsst ihr hier dieses Band lösen und dann, zack, klappt sich der Mehrwegbecher von selbst drauf. Und wenn ihr ihn wieder einklappen wollt, einfach Deckel aufsetzen, schauen, dass die Nut hier übereinander liegt. Und dann einfach eindrehen. Band wieder drüber. Und hier den Verschluss schließen. Und hier den Verschluss schließen.